Willkommen bei Blogreporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Krypto. Werden damit herzlich willkommen zur neuen Bitcoin-Chart-Analyse und ja, wir haben es gestern betitelt, Bitcoin zum letzten Mal bärisch. Heute zum letzten Mal bärisch, hoffentlich. Und es wird jetzt vielleicht auch schön sichtbar, warum wir hier unten den Support gebaut haben, beziehungsweise eingezeichnet haben. Wir werden heute kontrollieren, ob es heute noch stimmt und was vor allen Dingen jetzt wichtig ist. Also, alle Infos in diesem Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dich auch heute hier begrüßen zu dürfen. Heute mal ohne Twitter-Werbung, aber kannst mir gerne auch auf Twitter folgen. Dort kommen ja immer die aktuellsten Sachen und da hatte ich ja gesagt und auch in der Community schon gesagt, ein bisschen träumen darf man. Wir haben ja gestern nochmal auf ein Mini-Reverse-Head-and-Shoulders gehofft. Hier oben, wir können auch gerne mal kurz reinspringen. Wir hatten hier hinten nochmal auf ein Mini-Head-and-Shoulders dann uns das Ganze hier erhofft, dass das vielleicht aufgeht. Hier oben, dass wir dann so zapp, zapp, zapp und dann hier uns durchbrechen. Ne, ist genau das passiert, was wir die ganze Zeit schon hatten am Knackpunkt Roms. Wir haben es jetzt die letzten Wochen öfter mal mit einem doppelten Boden gehabt, aber das ist nichts Neues für Bitcoin. Und ja, passend zur letzten Analyse, kannst du gerne das Video auch nochmal von gestern angucken, ja, sind wir jetzt hier beim letzten Mal bärisch. Also, immer noch hat sich nichts geändert. Unser cooler Support ist jetzt hier, sehen wir, warum er hier tatsächlich mit eingezeichnet wurde. Wir können ihn jetzt, wenn du möchtest, hier ein bisschen hochsetzen. Kommen, wir nehmen noch den Magnet mit, Magneto von den X-Mens mit dabei. Bams, haben wir jetzt einfach mal ein bisschen korrigiert, beziehungsweise auf den aktuellen Stand mit angepasst. Wunderbar, wir sind jetzt bei unserem Support, der für das Monatsende wichtig ist, bei 41.926 aktuell, tagesaktuell hier im Einstunden-Chart. Wir testen das jetzt hier nochmal, 4-Stunden-Chart. Oh, wunderbar. Sehr cool. Mit dem Bild, was wir jetzt hier im Größeren, ich mache mal das Daily an, habe ich euch auf Twitter gestern quasi in die Nacht entlassen, was so unsere Supportzonen sind, Targets, die angegangen werden können, etc. PP. Okay, so, dann siehst du, mit Fibonacci-Retracement kann man viel bestimmen, aber der Support hier der Grünen ist wichtig, solche Trendlinien. So, ja, 28. Februar, ich glaube, wir wissen alle, wann Februar endet. Wir wissen jetzt auch mittlerweile, dass die kleine Trendlinie, die ich hier eingezeichnet habe, also wir können vielleicht sagen, hätte es einen Ausbruch gegeben, wäre hier oben erstmal das Target gewesen, Richtung 46.000, also 47.000. So, wir switchen wieder in die 4-Stunden-Ansicht. Mal schauen, ob ich heute ein Thumbnail mache mit Bitcoin Crash. Mal gucken. Irgendwie heute nicht so die Lust, so ausgefallen zu sein. Also, du weißt, was jetzt folgen könnte. Das Ping-Pong-Spiel nach oben, nach unten, bam, an die Linie. Dann haben wir hier den dritten Berührungspunkt. Und dann werden wir hier unten nochmal testen, weil dann sind wir am Support, aber wieder mal unter unserer großen Abwärtstrendlinie, die ist ultra wichtig. Also krachen wir hier drunter und dann ab oder machen wir hier Freiflug, beziehungsweise auch das, so zapp, zapp, hätte ich gerne. Das ist jetzt das, was uns zum Monatsende hin erwarten könnte. Du siehst, es ist noch ein bisschen Platz, ein paar Tage haben wir ja noch, haben wir alle im Kopf. So, wichtig ist der Support. Und wir schauen uns das mal an. Also, beziehungsweise wir schauen einfach mal, wenn wir denn jetzt Schwäche haben, aktuell ist es so ein bisschen unter dem Support, sollte hier die 4-Stunden-Kerze schließen, ist das erst mal ein kleines bärisches Zeichen. Wir müssen eigentlich drüber schließen, was passiert denn, wenn der Drops gelutscht ist und Bitcoin sagt, Arschbombe ins Schwimmerbecken, Bums rein, so, zack. Also, dann schauen wir uns einfach mal an, wie tief. Also, das erste Level wird hier wahrscheinlich, also wenn wir runterkrachen, wird wahrscheinlich hier die 40.000 erstmal als psychologischer Widerstand in Betracht kommen, ist aber ziemlich viel Luft, müsste man jetzt, kannst du gerne nochmal machen, wir machen es heute nicht, schauen historisch gesehen, nee, andere Richtung, dort für dich. Wie passt das hier? Was sind hier die Zonen? Guck, dann sehen wir nämlich hier unten, dass wir hier relativ gut schon sind. Schau es dir gerne an. Du weißt ja sicher, wie ich das immer gemacht habe oder warum ich das immer gemacht habe. Und du kannst dir auch selbstverständlich hier in den Settings alles so einstellen, so, du siehst, zapp, 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 die Linien, dass du auch hier dann siehst, wo sind denn meine Linien, was könnte da passen. So, kleiner Tipp am Rande, Hilfe zur Selbsthilfe, immer ganz gut. Hier hätten wir nämlich einen Double Top oben, wenn es sich das bildet. Gut, wir sind hier im 4-Stunden-Chart, hier nicht, dass du denkst, das wäre ein Triple Top. Das ist tatsächlich nur Wupp, Wupp, Wupp und dann geht's runter. Und das runter könnte uns einfach grob über den Daumen gepeilt hier auf das 0,5er Fibro bringen. Das ist auch das erste Ziel, was erreicht werden könnte, wenn wir hier bärisch sind. Ja, und Ende Gelände könnte dann schlussendlich hier sein. Hier wollen wir dann eine Bodenbildung, wenn wir wirklich bärisch sind. Aber wir neigen uns langsam dem Ende zu. Hm, hm, you see, das ist nicht gut. Gut, wir wollen diese Zone hier gar nicht. Wir wollen nicht darunter, wir wollen nicht hier unten irgendwo hin droppen. Wir wollen über der grünen Linie bleiben, bitte. Deswegen nochmal der freundliche Hinweis an alle Wale da draußen und an Kumpel Elon. Give me a call. Pump it up. Haut das Ding hoch über den Februar hinaus, vielleicht sogar noch die ersten ein, zwei Wochen, über die 42er Marke, damit die Indikatoren auch das mitbekommen und bullisch drehen können. Ja, wenn du jetzt ein bisschen verunsichert warst durch den Drop. Wie gesagt, gestern haben wir drüber gesprochen, was die Chancen sind. Auf Twitter haben wir danach doch die Berichterstattung weitergeführt. Und jetzt hast du hier vielleicht eine kleine Beruhigung, was denn hier die Level sind. Ich glaube, jetzt hast du auch einen guten Überblick. Und damit würde ich mich bedanken, wenn du dem Ganzen einen Daumen hoch gibst, das Video. Wenn ich dich entertaint und informiert habe, selbstverständlich willst du morgen nichts mehr verpassen, dann ein kostenloses Abo. Tut nicht weh, ist ein Klick, bumms, fertig. Und wenn du möchtest und mir ein bisschen Lyrik dalassen möchtest, dann schreib doch noch ein bisschen unten in den Kommentaren, was du zur aktuellen Situation so zu sagen hast. Also, wir sehen uns morgen. Mach's gut.